Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar zum LS22 Enkel-Projekt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge, was wir auch jetzt wieder machen, wir fahren ein paar Litern an Hirsa ab. Werden wir den Auftrag heute abschließen? Ich bedanke mich vielmals für alle Däumchen, auch für die ganzen Kommentare. Und ja, ob Autoralf reinkommen wird, werden wir sehen. Das werde ich dann in der nächsten Woche, denke ich mal, auflösen. Oder eben halt auch nicht, müssen wir mal gucken. Je nachdem, was ihr gesagt habt, beziehungsweise ob es jetzt mit reinkommen soll oder nicht. Ich glaube, der Helfer ist auf der letzten Bahn hinten. Und dann können wir dann gleich schon mal den Zug rufen. Das mache ich jetzt gleich, wenn ich hier die Hirse quasi abgeliefert habe. Viele haben auch gefragt, was ist denn das für eine Anzeige mit Max? Das ist das maximale Anhänge für Volumen, was man ein- und ausschalten kann. Da hat der eine oder andere auch schon geschrieben, dass er Kappes, braucht ja kein Mensch. Ja, könnt ihr ja ausschalten, wenn ihr das nicht möchtet. Aber ich nutze das. Ich finde es ganz gut. Vielleicht vom Balancing her hätte es noch ein bisschen angepasst werden können. Aber nichtsdestotrotz bin ich damit sehr zufrieden. So, wir machen mal die Minimap wieder rein hier. So, kippen wir den ganzen Spaß mal kurz ab hier. Mal die erste Seite. Zack. Wenn das abgekippt ist, dann noch die hintere. Dann holen wir uns gleich mal den Zug. Der müsste, glaube ich, hier vorne irgendwo der Trigger sein. Ich gucke mal kurz, wo ist denn der Trigger dafür? Der müsste... Da können wir den rufen. Genau, da vorne können wir den rufen. Auftragstechnisch sind wir jetzt schon bei 94%. Das ist schon mal jede Menge. So, jetzt noch den zweiten einmal. Den entlade ich jetzt hier auch nochmal. Und dann werden wir gleich noch den Drescher, wenn er voll ist, abtanken. Komme ich hier rüber. So, wir laufen mal eben kurz hier zum... zum Punkt, damit wir den Zug rufen können. Ich habe auch schnelle Schüchen an. Das heißt, F1. Wir mieten uns mal den Zug. Der wird in der Kürze eintreffen. Derzeit haben wir, glaube ich, alles abgefahren. Der hält dann auch hier vorne direkt an. So, dass wir dann hier auch ohne weiteres dann die beiden Aufträge abschließen können. Ich denke, da wird noch ordentlich Geld für uns übrig bleiben. Schauen wir einfach mal gleich. So, wir sind ready. Fangen wir mal rüber zum Drescher. Und ich werde auch immer gefragt, welche Karte mir am besten gefällt. Also, ich habe jetzt keine Karte, wo ich sage, 100% das ist jetzt die Top-Karte. Ich spiele alle drei Maps sehr, sehr gerne. Sei es sowohl die Map, die wir mit Polak spielen, also die Erlengrad oder eben halt auch die Map hier auf der Elm Creek oder auch die Obenero-Map. Und ich habe da keine bevorzugte Map, wo ich jetzt sage, Boah, das ist jetzt die Non-Plus-Ultra-Map. So, jetzt können wir den Drescher, glaube ich, abfahren. Der ist, glaube ich, gerade auf der letzten Bahn. Oder hat er dann noch weitere Bahnen? Ne, der fährt jetzt gerade den letzten schmalen Streifen ab. Sehr gut. Und dann ist der Auftrag dann auch abgeschlossen. Da müssen wir den ganzen Spaß natürlich... Na, jetzt fahren wir aufs Nachbarfeld. Müssen wir natürlich den ganzen Karten nochmal wegfahren. Der Zug sollte dann bis dahin oder bis dato dann auch ready sein. Und da müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Pferde sind schon ausgeritten. Da sind wir ready. Vielleicht noch ein paar Schäfchen uns holen. Von dem Geld, was wir für die Aufträge bekommen. Da muss ich mal schauen. Wie wir das genau handhaben. Huch, komm. Es kommt natürlich nicht mehr so viel raus hier. Sehr gut. Und am Ende hält der Helfer dann automatisiert an. Sodass wir dann damit der restlichen Irse dann auf jeden Fall noch rüberfahren können. Ja, sonst gibt es mittlerweile schon sehr, sehr viele Mods. Habt ihr auch schon mitbekommen. Zahlreiche gute Mods. Zahlreiche hilfreiche Mods. Und auch Mods, die kein Mensch braucht. Wie immer halt. In jedem LS, ne. Man kennt es halt. So, komm. Mach noch fertig hier den Kran. Ach, das mit gerade fahren ist auch immer so eine Sache, ne. So, die letzten paar Meter, die werde ich aber noch hinkriegen. Sehr gut. Komm rein da. Komm, komm. Da sind wir fertig jetzt hier, ne. So, jetzt hat er sich natürlich wieder ausgestellt, ne. Also, Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Damit sind wir ready. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal den Motor starten. Laden jetzt hier den Spaß nochmal über. Vier Liter haben wir noch drin. Wow. Kriegen wir die jetzt hier noch raus. Mit R, ne. Wir haben ein neues Abladen drin. Auch die Kamera. Die ist halt auch dafür geeignet. So, wir sind ready. Bedeutet, wir können jetzt hier den Auftrag abschließen. Ich fahr mal rüber zu unserem Bahnsilo. Und dann werden wir uns gleich mit dem Zug auf die Reise machen. Und werden den Auftrag abschließen. Hat relativ lange gedauert. Klar, wir haben natürlich jetzt auch Lohnkosten investiert. Aber es ist natürlich auch so in der Realität, dass natürlich, wenn wir einen Helfer haben oder einen Lohnarbeiter einstellen, dass der natürlich auch bezahlt werden muss. Das gehört natürlich auch mit dazu. Dann können wir auch gleich den zweiten Anhänger wieder wegbringen. Und können den dann auch zurückgeben. Weil der zweite ist nämlich nur gemietet. Da ich jetzt nicht weiß, welcher von den beiden gemietet ist und ich jetzt nichts verschwenden will, lade ich erstmal aus und dann gebe ich den zurück. Bevor ich jetzt den vollen mit den 6000 Litern quasi überlade. Sehr schön. Da haben wir den ganzen Spaß nochmal ab hier. Ich glaube, der Zug steht da sogar schon. Einmal überladen hier. Jo, der Zug, den sehen wir schon unten auf der Minimap. Den können wir dann gleich befüllen. Wir haben jetzt vom Auftrag her, sind wir jetzt hier schon bei 96%. Weil hier Sachen davon natürlich auch schon rübergebracht wurden. Und den Rest der Sorkumhirse. Was bekommen wir eigentlich pro 1000 Liter? Oder der Hirse. Hier steht Sorkumhirse drin. Das ist eigentlich Hirse. 127.000 Liter. Boah, das ist ganz schön viel. So, wir geben jetzt erstmal das gemietete Gerät zurück. Ach, guck mal, die Mähtechnik haben wir auch noch gemietet. Die gehen wir erstmal zurück. Blub. Und es war der... Ah, es war der ganz hintere. Okay, gut. Fahren wir mal rüber hier. Oder laufen mal rüber zu unserem Zug. Jetzt ziehen wir unsere Laufstüche wieder an hier. Das ist Player Speed übrigens. Alle Mots wie immer in der Videobeschreibung, die ich nutze. So, da ist der Zug. Da ist er. Und mit dem werden wir jetzt quasi, ja, den ganzen Spaß verkaufen. Das heißt, jede Menge an Hirse werden wir jetzt wegbefördern. So, wir fahren mal kurz ein Stück vor hier. Und werden den Spaß dann gleich aufladen. Da können wir schon mal hier mit G und N schon mal hier das Silo öffnen. Beziehungsweise den Güterwaggon. Und dann fahren wir dann gleich direkt rüber. 127.000 Liter haben wir hier drin. Insgesamt. Ich weiß nicht, ob ich oben noch was drin hatte. Bin ich mir, glaube ich, gar nicht sicher. Ich meine, oben hätten wir alles weggefahren. Aber es ist natürlich eine ganz, ganz große Menge an Hirse. Gucken wir gleich mal, was wir dann pro 1.000 Liter noch bekommen in Goldcrest. Die Preise variieren ja immer. So, wir halten mal an hier. Und laden den ganzen Spaß dann auf. Das sind sogar 129.000 Liter. Einmal voll machen. So, wir bekommen in Goldcrest Valley 1.200 Euro. Das ist sogar der höchste Preis hier. Sehr gut. So, der ist gleich voll mit 90.000. Dann haben wir hier noch ein bisschen was drin. Ich könnte natürlich noch ein bisschen was aufheben. Aber wir lassen es einfach mal. Denn wir brauchen das Geld. So, 129.000 haben wir drin. Das heißt, here we go. Tempomat rein. Und dann fahren wir jetzt hier mit dem Zug einmal rüber und werden nach Goldcrest Valley fahren. Der Zug ist natürlich auch relativ schnell. Je nachdem, wie man ihn beschleunigt. Jetzt mal den Tempomaten hier reingehauen. Und wenn wir dann am Ende sind, können wir den Auftrag dann auch abschließen. Da fragt er, ob wir alle befindlichen Teile dann auch hier mit verkaufen sollen. Die Züge kennt ihr schon aus dem 19er. So, jetzt gehen natürlich hier die ganzen Sachen runter. Sehr schön. Davon ist auch nochmal ein großes Lager hier. Was will er haben? Es gibt also mehrere Überladepunkte, die wir hier haben. Ich finde es persönlich sehr cool, dass man Sachen mit dem Zug verkaufen kann und auch Gewinn bringt. Geht ja nach dem Patch mittlerweile. Vorher ging es ja leider nicht. Und hier haben wir, glaube ich, die anderen Dinge wegbefördert. Ich glaube, der andere Auftrag war ja, glaube ich, hier vorne irgendwo. Wo wir das Feld auch untergeholt haben. So, jetzt sind wir gleich am Ende angekommen. Dann werden wir gleich wieder aus dem Zug springen. Also jetzt nicht, äh, also ihr wisst schon werdet, was ich meine. Das heißt, sobald wir diesen Point of No Return überschritten haben. So. Yep. Wollen wir. So. Ihr seht, Lohndienstleistung abgeschlossen. Die Sache ist die, dass jetzt, glaube ich, die Sachen, die da drin waren, weg sind. Was natürlich sehr schlecht ist. Also er hat es nicht verkauft. Er hat nur die Aufträge abgeschlossen, sodass wir da nichts extra bekommen haben. Bedeutet, ich hätte das anders machen sollen. So, aber die Aufträge können wir auf jeden Fall schon mal abschließen. So, jetzt habe ich 32.000. Die Frage ist, wir können uns ja den Zug nochmal rufen. Und gucken nochmal, ob dann jetzt noch was drin ist. So. Mal gucken, ob der Zug dann gleich hier nochmal ankommt. In der Zeit können wir schon mal, ähm, den Drescher zusammenpacken. Rohr reinfahren. Und das Ganze hier einklappen. Ups. Gefettfingert. Und fahre mit denen einmal rüber hier. Zu unserem Schneidwerkswagen. Denn wenn das wirklich so ist, dass wenn wir was rüberfahren und er verkauft das nicht extra, dann, äh, ja, sollten wir in Zukunft darauf achten, dass wir es halt wirklich so machen, dass wir 75% oder 80% quasi nur rüberfahren. Also einen gewissen Teil mit dem Zug. Und dann den Rest quasi separat rüberfahren. ne, weil so haben wir jetzt, ich denke mal, ein bisschen was, äh, verschwindet, ne. An wertvollen Einnahmen. Schade eigentlich. So. Wir fahren mal hier rüber. Das ist ja unser Drescher. Können wir den ganzen Spaß wieder hier auf den Schneidwerkswagen legen. Und können dann gleich wieder zurück zu unserem Hof fahren. Ich muss gleich mal kurz gucken, ob der Zug schon da ist. Ach ja, wir müssen die Zapfwelle erst abbauen. Genau so ein Ding wird, ja. Ach, das war andere Seite, ne. Ach, bei den Dreschern immer, äh, vergiss ich das. So, einsteigen. Jetzt können wir es abkoppeln. Sehr gut. So. Das Coole ist, das Ganze attacht da mittlerweile ja auch automatisch. Finde ich persönlich sehr gut. Na, dann haben wir den Auftrag fertig. Haben ein bisschen Geld verdient. Sieht ja schon mal recht positiv aus. Kann man das ankuppeln. Na, müssen wir ein Stückchen zurückfahren. So, jetzt, so. So, dann gucken wir mal kurz hier, ob wir, äh, ob der Zug schon wieder da steht. Hier, oder steht er? Jetzt will ich mal gucken. Können wir den direkt hier hinspringen? Ja, wir gehen mal zum Getreidesilo. Da ist der Zug. Ich hoffe, da ist jetzt noch was drin, ne. Aber ich denke, da wird alles, alles draußen sein, oder? Gemietet von dir. Wir gucken einfach mal. Ne, da ist nichts mehr drin. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, dann fahren wir den wieder weg. Das ist natürlich blöd jetzt, ne. Verdammt. Da haben wir echt Geld verschenkt, ne. Das ist echt sehr schade. Naja, gut. Beim nächsten Mal wissen wir Bescheid. Nächstes Mal heißt es quasi einlagern. Und dann das Ganze, ähm, dann erst verkaufen, ne. Schade. Ist auch ein Umleuchten an. Und dann fahren wir jetzt einfach mal zurück zu unserem Hof. Der ist ja da vorne. Einfach die Straße hoch. Und dann mal sehen, was wir in der nächsten Folge machen. Ob ich mir noch ein paar Aufträge schnappe, oder ein bisschen Vorspringen im Jahr. Es gibt auch bald Regen. Die Felder sind ja soweit ready. Oder ob wir uns noch ein paar, ja, weiß ich nicht, ein paar Düngeraufträge schnappen, oder ein bisschen ein paar andere Aufträge, um halt noch ein bisschen an Geld zu kommen. Wir müssen natürlich jeden Tag auch immer die Pferde ausreiten. Das ist natürlich auch wichtig. Ähm, was wir in der Hinsicht auch mal kurz machen könnten, wäre, einmal kurz hier, gehen wir auf das Helfermenü. Zack. Ziel setzen. Ähm, ich würde sagen, den können wir eigentlich mal da hinfahren lassen. Den Kollegen, mal gucken, ob der fährt. Jo, der bewegt sich auf jeden Fall. Sehr schön. Dann haben wir den dann auch gleich am Hof. Hier müssen wir mal über diese Brücke sehr, sehr mittig fahren. Da wir ansonsten mit dem Schneidwerkswagen irgendwie richtig, richtig hängen bleiben. Und hier in der Seite im Update hört man auch ab und an immer so eine Sportübertragung hier. Finde ich auch sehr cool gelöst. Aber alles im All bin ich schon sehr mit dem LS22 zufrieden. Das macht halt sehr viel Spaß. Und, äh, man hat viele neue Dinge, die man hier erkundet oder auch erkunden muss. Das finde ich sehr, sehr positiv. Viele neue Inhalte sind mit hinzugekommen. Die Produktion, die Jahreszeiten, die geilen Sounds, die geilen Fahrzeuge und, 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 und. Also viele coole Dinge. Klar, es ist nicht alles Gold, aber ich bin sehr zufrieden mit dem LS. Und auch mit den Fahrzeugen hier, mit der Auswahl, den Sounds vor allem. Die sind halt richtig gut. Und dann sind wir gleich wieder bei uns am Ruf angekommen. Haben die beiden Aufträge soweit abgeschlossen. Und können dann, ja, den Drescher erstmal wieder beiseite packen. Und werden dann, ähm, letztendlich mal gucken, was wir in der nächsten Folge dann machen. Weil zu tun gibt es hier auf jeden Fall immer viel. Man hat auch viele Aufträge, die man hier, nutzen kann. So, dann fangen wir hier rüber. Und dann sind wir auch gleich schon hier bei uns am Ruf. Da geht es auch Richtung Ravenport. Das finde ich auch mal cool. Diese kleinen Hinweise mit den Schildern zu vorherigen Maps. Auch recht lustig gemacht. So, jetzt müssen wir hier rechts. Fahren wir mal rüber. Und dann sind wir auch schon bei unserem Ruf angekommen. Ich hole hier mal ein bisschen weiter aus. Und hier vorne, meine ich, hätte ich auch noch einen Kärcher stehen, ne? Da können wir nämlich den dann jetzt erstmal gleich, wenn wir hier unten leuchten aus hier, einmal abstellen, machen den einmal sauber. Sehr gut. So. Ich würde sagen, ich mache die Fahrzeuge jetzt einmal sauber. Bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich fürs Einschalten, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal, bis dahin. Tschö, tschö, tschau, tschau, bye, bye. Euer Homer.